Ja Hallöchen zusammen, ich möchte euch in dem Video zeigen, wie ihr Teddy Osa und Osa-Ring bekommen könnt. Hier seht ihr die Habitate, in denen Teddy Osa überall vorkommen kann. Und ich bin jetzt in der östlichen Zone 1. Hier hat Teddy Osa im Waldbiom eine 60% Spawnrate. Hier seht ihr noch die Habitate, in denen Osa-Ring vorkommen kann. Es hat in Berg-, Wald- und Bambusbiomen eine 20% Spawnrate. Wir gehen jetzt aber in die westliche Zone 3, genau dorthin wo ich bin. Da ist ein fixer Standort für ein goldiges Osa-Ring. Das hier täglich auch wieder neu spawnt, sollte man es besiegt oder gefangen haben. Und entwickeln tut sich Teddy Osa dann ganz normal, einfach per Level ab, ab Level 30. Ja das war's dann auch schon wieder mit dem Video. Macht's gut und Paris Athen, auf Wiedersehen! Ja das war's dann ganz normal. Ja das war's. Ja da